So, moit freunde, wat geht? Wir spielen heute auf Borderlands, der Pre-Sequel weiter. Da brauchen wir mit... Munition mehr, ob das mal cool war. Auch nur noch Munition. Ah, gerade für unseren Schlipser. Auch immer nicht. Die Brot kann man verkaufen. Die ist auf jeden Fall fett, ey. So liegen die kleinen Spasserlacken, die hier rumgelaufen sind. War das schon heftig. Make me... Win... Mun... Mun, 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 Mun. Wir schnappen uns jetzt mal hier so ein geiles Gefährt. Und fahren zu. Und decken mal zum Geheimeingang. Baaaaaah... Ja. Okay. Das war wohl nichts mit Geheimeingang. So. Jetzt aber nochmal richtig. Wir getten jetzt so ein geiles Fahrzeug. Und cruisen zum Geheimeingang. Aber erstmal vorsichtig. So. Über das kleine Ding, da kann ich jobbern. So fällig sind die Wacke mit der Steuerung. Alter! Ne? Oder? Leul. Das hätte man denn so lassen können. Wie soll man denn mit dieser Steuerung hier überhaupt damit rüberkommen? Deswegen hab ich ja... Aber Controller ist auch kacke. Ja klar. Es lässt sich mindestens nur genauso dreckig steuern. Ja. Du gibst Gas mit den Rechten. Ne. Ist ja wie bei Halo. Das Problem ist halt dieser Kack hier. So. Äh. So ja. Ne. Warte mal. Ne. Doch. War richtig. Miep. Ja. Vorsichtig. Ich kann nicht fahren. Ja. Da stärkste. Wir müssen da hinten rein. Müssen wir außen rum. Mhm. Du Scheiße. Tschüss. Ich geh doch da rum. Ah. Jetzt gehen die FPS wieder in den Keller. Siehst du? Mhm. Ja. Hier rechts. Und da liegen. Ah ok. Ich verstehe. Du. Was seid ihr denn? Ja. Ja. Wo ist die große Fee? Weil mich hier geschießt. Weil mich hier geschießt. Ja. Da hinten. Ja. 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 Herd died数 usinerälere, Hallo, hallo. In der Welt, die gekloppte Version. Gib mir ein Auto schnell. So, zum Fahrzeug zu repotieren. Oh, ne das war keine gute Idee. Du kriegst die ganz gut mit dem Fahrzeug da und dann sollte ich jemanden treffen. Beide weg. Ich versuche die jetzt eine WSD zu bringen. Da kann ich durch. Zuerst mal kurz hier. In Sicherheit. Ganz hinten durch. Und dann da runter. Ganz hinten durch. Ok. Ja, ich komme hier nicht durch. Ich muss noch mal sehen. Ja. Ich denke, wie schreit das ist. Ich guck mal. Jo. Oh, so ein scheiß Buggy. In Anbetracht dessen, dass wir zwei. Zwei Kanonen haben. Zur Verfügung. Ist das doch schon. Ganz cool. Noll. Was ist denn hier denn gut? Ich will als Fahrer einsteigen. Dann habe ich nämlich zwei Kanonen. Ich bin jetzt noch schnell in der Wand. XP 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 XP. Ich spiele eigentlich nur XP, Alter. Und hier noch irgendwo. Das sieht geil aus, finde ich. Was ist das denn? Ist das denn? Ist das ein Roboter? Haben wir denn mal irgendwie gute Platz dabei? Voll 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 voll. Ach, wieder ein Bildkram. Ja klar. Der Job. Der Nutzer. Sprechanlage der Geheimtür. Ein Mitglied. Ich hoffe du kennst das Passwort. Ah. 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 Das ist das Passwort. Du kannst rein. Moment. Wo ist der blöde Schalter? Hier. Damit kommst du zu dem geheimen Eindruck. Wir kommen bei der Gang. Ah. Hören wir das Fahrzeug direkt mit. Es scheint ja genug Platz zu sein. Wer dabei ist sie vorhanden. Oder? Ja. Prinzipiell ja. Praktisch nein. Okay. Okay. Ja. Da geht's doch gut. Und da oben. Das hoch kann man auch noch. Ich verstehe das aber jetzt nicht. Der Gang sagt immer wir werden voll und dann aber unsere Produktion und alles ist immer voll niedrig. in. So. Ja. Da ist die Plattform. Ja. 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 Es geht halt auch nicht. Es geht ja. Weil hier nicht so viele Assis Alter würde man das ziemlich gut überleben können. Aber, da sind so ein paar Spacken, nein. So, jetzt aber. Auf das Dach. Ach ja, das Dach hat es so gut gezielt, weil ich es hier umgelegt. Ja, aber Sauerstoff. Und, äh, Leben, ne? Ja, Leben, bin ich, in der Leipzig, da sind auf dem Seite. Nein, 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 nein. Tschüss. Drei. Ist schon scheiße, wenn da ne Kiste zwischen uns ist, ne? Voll 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 voll. So, Leben ist wieder full. Dann skillen wir mal eben. Man ist lange verdient. Und... Maximal Gesundheit würde ich auch wählen. Ja. Aber wir haben noch 9.000. Maximale Gesundheit plus. Jetzt ist doch fit ein. Das ist noch einer. Ja. Hier. Ja. Da ihr geht. Das ist gleich noch zu vorne. Ja. Das liegt immer. Ja. Aber eben läuft. Chill. Alle kämpfen. Ja, chill. Ja, chill. Ja, chill. Ja, chill. Ja, chill. Ja, chill. Ja. Das sticks. ... ... game. Was war denn hier für Schilder? Verhält Kapazität reduziert maximale Gesundheit. Das hört sich immer gut an. Was ist das hier? Gut, dann wollen wir mal weiter machen. Wollen wir mal weiter. Finde die Signalquelle. Oh. Schnelles Alter. Kommt irgendwie schnell speichern. Egal. Ressistent. Das ist praktisch. Ja. 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 Ist das ein bisschen, Alter? Ja. 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 Oh, Angke. Scheißen dich oder so. Na, was hat's denn irgendein Gauss? Na, dein Ergebnis? Ui. Ach der gut läuft los. Lass den Blödsinn. Wenn du Probleme mit Hyperion hast, schein, aber es gibt unschuldige Menschen auf Elfes. Du Arschloch. Ja, die gibt's. Okay, die Eifel spinnt total. Du musst dich beeilen. Wir müssen auf die Helios und das Auge zurückerobern. Aber dazu musst du erst das Signal in Crash's Car finden und abschalten. Jo. Okay. Soll man damit? Soll man auf die Anze? Soll ich auf die Anze? Soll man das? Ciao. Soll man damit eu urine. Da kommt man aber nicht rein. Ne, da rumpfst du mal rein, wenn du dich das Sinn dafür auffüllst, dann öffnet sich ein schnellerer Wegpunkt. Ah, die ist schon da, die wofür ich ja mal sagen. Oh, sonst pute ich bei dir. Doch, da. Ah, da bin ich frei als nächstes, wo sind noch Skeps? Erst mal keine zu sehen, alles klar. Nein, 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 nein. Jetzt müssen wir rein. Oha, 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 oha. Okay, Steph, oh tschüss. Okay, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Oha, 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 oha тысяч? Ich nicht kruchen, ich weiß nicht, das finde ich es nicht. Und denkst du, 10,4, abdomen Kopf auf also zu her. Und Gnadenschuss. So, dass ich hier für gut Munition verschwimmen werde. Guck mal was ich hier für ein bisschen machen. Hallo? Nein, nein, nein. Doch. Komm raus. Krass, ich hab hier敦 Bocken. Krass, ich hatte auch ein Assign. Kein Klapper. Jede Schuss, Krass. Krass. Krass, die mit dem Bein geschickt. Ja, das hat Krass einfach... BAM. Versiege was? Torwichte? Also richtig gelesen. Tag, ich brauche Munition. Daraufhin findest du meistens nur Geld. Ich weiß, Tag, ich brauche Munition und Handel. Mondstein. Ich glaube, das kommt wieder ein Boss. Ich hab das auch irgendwie im Rhein. Kommunikationsanlage. Geld. Komm her. Steck in die Arme rein. Aha, gut. Hallo, wieder rein. Jetzt selbst einsperren. Ja, so sieht es aus. Schießen rein. Mal kurz hier hinter verstecken und gucken, wo die Gegner sind. Da ist einer. Da unten. Da. Da. Und dann gibt's noch... Da ist der nächste. Da. Ah. Piss offen. Hm? Da an der Wand steht und stand Piss offen. Zeit, Klammerkill. Läuft doch. Der Kiss jetzt auch. Ah, Zentimeterarbeit wieder. Und jetzt hab ich nur noch drei Schossen. Die müssen sitzen. Nope, nope. Okay, tschüss. Ich hab's gesehen. Ach, das ist immer noch der selber. Jetzt nicht mehr. Hallo. Ich hab's gesehen. Ich hab's gemerkt. Ich hab's gemerkt. Schon doof, ne? Raider, sind wir hier in Fallout? Bam. Wir sind hier in Fallout, wenn wir auch schon Raider rumlaufen. Na klar. Bis denn, ey0, 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 ey0. Wotte, 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 wotte. Blut全我是 mahfoll��simienメhre. Cause mal auf und ein new 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 . Dann fube ich immer wieder Subtit Panzistan. Verlänger werth da war dann in zoom. Marktbuch КMeえんpen. ist immer gut zu tun wurde noch zu schaffen Nein, nein. Das ist ja dann für den Sons. Vielleicht keine Munition. Neumann 32 Dollar. Ich glaube jetzt ist Munition wieder für die anderen. So ein bisschen. Oh. Ja, komm hier rein. Sehr guter Schachzug. Tschüss. Von da kommt der Nächste, deswegen ... Scheiße Pekse. Ja, ich hab's gemerkt, aber am Schluss auch. Komm rein. Kannst du Tee trinken. Und Tee drin spielen. Ah, das ist ein Shotgun. Hochweck tief gegen Fleisch. Ja, hab ich auch ne Waffe, aber ich brauch dafür Munition. Oh, scheiß Zaun. Was ist denn der? So auf die beiden. Zumindest hier in der Nähe. Lauf hin und macht's zu kalt. Ein bisschen Munition hab ich, also können wir jetzt wieder die hier nehmen. Die hat ja gut Damage gedrückt. Ich hab das Gefühl, dass man von da. Das ist ein Super-Prodi. Komm, der kriegt jetzt einen schönen Jump Shot von mir. Okay, dann sind wir mal glädig mit ihm, betreten und tot. Oh, tach, 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 tach! Injektion wäre gerne gesehen. Ist hier rüber. Gnadenschuss und... Tschüss Gnadenschuss, oh fuck! Oh fuck! Hallo, 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 tschüss. Erziele einen Kill, um zu überleben. Ich schaff's nicht. Nee, ich hatte mal eh gedrückt. Ach ja, ach ja, ach ja, ach ja, ach ja, oh. Ja, das war mal der Lippe. Ach ja, immer so wenig Munition. Na auch, man. Ach ja, ja, ach ja, ach ja, ach ja... Vor und hier wieder! und und schon auf dem Rand. Munition wäre schon nice. Oder so ein Automat wäre noch geiler. In einen Raum, wo du da oben reingegangen bist. Der erste Raum. Da gibt es zwei Produktionsautomaten. Schaut ja. Wo genau? Wenn du da ins Tor gehst. Direkt rechts. Hier? Ja. Wollen wir doch mal an? Nein, schon. Aber spinnen wir dich vergessen. Die sehen echt krass aus. Mh. Mann, ich brauche Munition. Kommt jetzt Instant Deck her? Oder was? Ah, ja. Muss das mal die Atmosphäre sein? Tschüss. Guck mal rein. Nein, nein, nein. Türofass. Kann ich die Götter mal eigentlich auch mal arbeiten? Nein, nein. So. So. Punkt. Und das ist ein Nichts nicht. Was hat der für ne Warnformmann, die drückt Feuerschaden, das ist penetrant, der kommt einfach instant wieder. Den Raum, wo du vorhin drinne warst, waren nicht hier, sogar gegenüber, da waren doch Lebensenergie. Ich weiß, aber da muss ich erstmal hinkommen, ohne dass er mich instant killt. So, jetzt kannst du gerne wiederkommen, Junge. Boah, seine scheiße Rüstung, Mann. Mit einem Crit-Hit ist er weg. Jetzt hab ich hier einfach keine Muni mehr für und hier muss ich nachladen. Uff. Mann... Alter, du trüsst mich instant... Oh, 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 oh. Nein, 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 Geid. Ich glaube die könnte nutzbar sein. Welche schmeißen wir denn mal weg? Die hier weg, hallo. Hast du mal die Dinge davon gesehen? Hocheffektiv gegen Schilde. Ja. Aber mega. Das Schild von dem weg ist. Friss, friss, friss. Es ist nur gegen das Schild von denen aktiv. Da regiert das Schild einfach wieder. Instant wieder. Boah, krass, alter. Also mit der einen Waffe der Schildkopf bekommt man dann. Die andere Waffe der Zeit. Du musst Gritz hinkriegen. Aber ist gar nicht so einfach mit der Scheiße. Wenn er sich die ganze Zeit bewegt. Wie ein Sch... Alter. Warte. 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 Das ist einfach tot. Da ist ja auch schuld. Ja, weiße. Ein Turnaround. Nööööö. Ist ja nicht seine Waffe. Einfach eine von beiden. Das ist auf jeden Fall Scheiße. Wie kann der auch nicht sein so krass drücken? Das war's für heute.